Ich habe noch eine Frage zu Krefelder Verhältnissen. Hier gab es vor kurzem mal so einen Schweigemarsch zum Thema Justly Charlie. Ich weiß ja nicht, wer dabei gewesen ist. Ich bin bewusst nicht dabei gewesen. Ich sage auch ganz genau warum. Ich kann in den Trauerhype nicht einstimmen, weil man darf sich einmal überlegen, in Afghanistan sitzt eine Hochzeitsgesellschaft von 42 Menschen. Die feiert eine Hochzeit, da kommt eine Drohne und tötet die Menschen. Im Gazastreifen laufen vier Kinder am Strand herum und werden dann von den PiS, von der israelischen Armee niedergemäht. So, und in die Trauer kann ich nicht einstimmen. Ich habe dann gesagt, ich bin auch Palästiner, ich bin auch, was weiß ich, Mohammed oder so. Aber das ist ja abgelaufen. Das Schlimme ist, die Heucheleide hier gelaufen ist. Weil ich weiß ja, wer vorne gestanden hat. Ich weiß ja, wer das organisiert hat. Das war Ina Spaniel Oppermann, mittlerweile Landtagsabgeordnete der SPD. Und jetzt darf man sich mal bitte festhalten, und die hier gestanden haben und haben dann einen auf Trauer gemacht, fordern jetzt, dass die Bundeswehr sich unbedingt schnellstmöglich Kampfdrohnen anschafft. So, und das sind die Sachen, und das sollte man auch mal erkennen. Es war ein sehr schwieriges Thema, es war ein Trauerhype. So, aber es konnte sich jeder einklingen. Ich habe mir das dann von der Ferne angehört. Ich habe gesagt, hm, also so ganz richtig ist das nicht, was da läuft. Und diese Verlorenheit und Heuchelei, die auch in Paris stattgefunden hat, da stehen Leute rum, ein abgeschottetes Foto, das war nicht vor den Massen, das war in einer abgesperrten Straße. Und dann sah man die Leute, die gleichzeitig das Geld reinpumpen. Ein Netanyahu stand dabei, der, also, ich kritisiere jetzt die Politik der Machthaber in Israel. Ich bin kein Antisemit, aber es kann nicht angehen, dass man 1,2 Millionen Menschen mit einer Mauer umzäunt und die dann zusammenbomt, weil sie können nicht weglaufen. Sie können nie irgendwo hingehen, wenn sie eine Weile über das Handy kriegen, dass ihr Haus gerade bombardiert wird. Und das sollten wir auch mal diskutieren, nur das ist sehr, sehr schwierig bei uns in Deutschland aufgrund unserer Schuld, die ja nun im Zweiten Weltkrieg auf sich geladen wurde. Da muss man sehr vorsichtig und sehr korrekt formulieren. Aber ich kann auch nicht erwarten, dass Leute sich jetzt freuen, wenn ihre Angehörigen gerade mal im Gazastreifen getötet worden sind, dass sie jetzt auf einmal sagen, ich bin jetzt für Israel. Sollte man immer auch bedenken. Das heißt, im Grunde genommen, was die Forderung, komme ich auf den Frieden zurück, das kommt vielleicht mal wieder. Das ist erstmal die ganz klare Forderung, Stopp aller Waffenexporte, grundsätzlich. Vielleicht erreicht man hier ein bisschen Aufmerksamkeit mit rein wieder. Schmeißer GmbH sitzt hier auch in Krefeld, wusste ich gar nicht als Zugereister. Die machen nämlich schöne Kleinfeuerwaffen. Obwohl weiß ich nicht genau jetzt. Und das sind die Waffen, die nicht kontrollierbar sind und dann nützt auch keine Endkontrolle. Und das sollte man dann wirklich angehen. Und ich weiß auch mittlerweile, es gibt einen Friedenswinter hier in Deutschland. Da versuchen viele Kräfte den Friedenswinter zu spalten. Das ist nämlich, ich weiß ja ein bisschen, wo da entsprechend die Versuche sind. Weil es ist immer unangenehm, wenn Leute für den Frieden auf die Straße gehen. Und manchmal tut es mir leid, wer sich aus dem Friedenswinter ausgeklingt hat. Und ich kann mich nur in der Erklärung zum Friedenswinter und der Zeitung hinterstellen. Und das muss auch mal wieder aufs Trapez kommen. Meine ich. So, jetzt hoffe ich, ich kriege es mal so richtig raus, wie ich es rausbringen möchte. Folgendes. Die meisten Menschen wissen es vielleicht nicht, aber mir fällt auf, jeder bekommt, was er bestellt. So wie er denkt, wird er auch behandelt. Und die Sache ist ganz einfach, die Leute, die sich manipulieren lassen und denken, die Welt ist schlecht, ich bin scheiße, ich bin nichts wert, werden auch so behandelt. Die Sache ist ganz einfach, man muss in dem das tun, was man für richtig hält, im positiven Sinne. Und wenn man so durch die Welt geht, mit voller Überzeugung, dann erreicht man auch das, was man möchte. Weil man bekommt immer, was man bestellt. Das ist das Bestellerprinzip und das gilt bei jedem Menschen. Also ich kann mal ein Beispiel nennen, ich gehe ab und zu mal in Kneipen, manchmal sind die auch rassistisch, ich gebe zu, aber da provoziere ich ganz gerne. So, dann mache ich meistens folgendes Beispiel. Da sitzt so ein kleiner, so ein frustrierter, ich sage mal alter Sack, ich kann nichts, ich nenne es einfach mal so, weil der macht hier selber so klein, wie er ist. So, da läuft dann Frust runter, da hat der Leben sein lang gearbeitet und hat trotzdem nichts erreicht und ist frustriert. Man sieht es, wie er sich verhält, die Körpersprache sagt alles und der Unterturm, wie er spricht. So, dann kommt so ein junger Schnösel wie ich und sagt, wisst du was, ich zeige euch einen radikal anderen Weg, es geht ganz anders. Man muss nicht tun, was anderes an erwarten, man muss die Staten nicht akzeptieren, man muss keine Regeln und Sätze befolgen, man muss auch nicht arbeiten gehen. Das ist alles Quatsch, man muss das nicht. Dann wird man sofort angegriffen, weil man sein Ego, sein kleines Weltbild, wo er lebenlang nach gearbeitet hat, angreift. Und ich verstehe es, ganz einfach, weil ich habe sein Weltbild angegriffen, wie sagt er, und vor allem, ich bin der Spiegel, in den keiner reinschauen will. Ich zeige jemandem den Spiegel, wenn er sich verschließt, dann sage ich ihm das. Ich frage, warum verstehst du dich, warum versteckst du dich, warum weißt du aus. Ich zeige, ich gebe dir gerade den Schlüssel. Ich bin derjenige, der auf den Füßen tritt und das mit Freude, mit Begeisterung, ich erwarte nichts, ich will gar nichts von den Leuten. Ich will den Leuten nur zeigen, was ihr macht, ist total verkehrt. Ich sage nicht, dass es schlimm ist, ich sage aber nur, ich gebe euch eine andere Möglichkeit. Und das ist das, was ich halt tue und danach handle ich selbst. Ich folge keinen Regeln mehr. Ich sage nur, man muss die ganz anderen von mir denken oder sonst was. Ich erwarte jede Diffamierung, jede Beleidigung, jeder Absturz und jede Bestätigung. Es ist für mich eine Bestätigung, dass ich alles richtig mache. Weil, also wo lange man beachtet wird, sagt man, ist man jemand. Wenn man sich selber klein macht und man sich versteckt und sich auffallen will, wird man genauso behandelt. Und wie kann man solche Menschen respektieren? Weil in dem Moment, wer sich selbst respektlos behandelt, kann auch nur Respektlosigkeit ernten. Das ist einfach logisches Wissen und Denken, das ist einfach Psychologie. Und deshalb handelte ich nach meiner eigenen Regel. Und darum lebe ich einfach nach meiner Lebensdevise. Weil ich keinen Bock mehr habe. Und ich bin so ein Mensch, ich trete weiter den Leuten auf den Füßen. Auch so mit positiven Energie. Ich sage mal, ich habe keine Lust mehr. Mach mal jetzt Feierabend hier, oder was? Ja, die Sache ist doch, wie lange will man noch reden? Reden, 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 bis man was tut. Wir müssen was tun. Und wo trifft man den Staat bei der Arbeit? Wenn dir einer ein Hammer reicht, dann schmeiß den so weit du kannst. Danke. 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 Danke.